Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Was ist das? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Candidatation. Defensive territory. Duptest danger. Invade. Den machen wir dann platt. Ich bin mal schwer für ihn hier. Hat keiner was zu beschweren? Sehr schön, dann machen wir das. Aber das, was ich brauche, ist natürlich erstmal... Ich muss nochmal Steuern einheben. Oder einholen. So. Was wird da? Craftman Guild has come to seek advice. Mir scheißegal, ich will die Evil-Punkte. Hä? Nein, mir ist ne Tante abgehauen. Ja, gut, hat sie halt Pech gehabt. Mir ist doch scheißegal. Invasion. Äh, so, da. Erstmal verteidigen. Wenn sie meint, unbedingt abhauen zu müssen, hat sie halt Pech gehabt. Hatte jetzt eh zu viele Offiziere. Habe ich auch wieder an den Maul weniger zu stopfen. Aha. Aber so eine rücksichtslose Seite mal zu spielen, ist für mich, wie gesagt, komplett neu. Aber irgendwie hat's doch was Interessantes an sich. Ist zwar jetzt nicht so der Burner, aber... Finde ich ganz cool. Wo ist mein... Oh, ne, ich hab vergessen, das scheiß Ding auszurüsten. Na gut, dann halt erst im nächsten Kampf können wir uns dann aus den Elefanten ansehen. Oh, jetzt knüppelt die Tante aber mal richtig böse rein. Haha. Komm her, hau dir mal die Flöte an den Kopf. Speed up, up in die Base. Poison, ne, Pilot. Hau mal die Scheiße doch mal direkt raus. Äh, da, 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 da. 13. Äh, 113 meinte ich. 84. 87, 77, 76. Waffenwechsel. Andraum machen. Boah, Instant Mine. Und Treasure Base. Ich brauch Geld. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wo von den Gegnern eigentlich die Main Base ist. Ich geh jetzt hier einfach mal unten hin. Also langsam geht es doch jetzt ziemlich flink hier mit den Basen einnehmen. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch mal jetzt mal so schnell geht. Aber Movement Speed, der hat es echt gebracht. Das merke ich so schon. Die Tante ist weitaus flinker unterwegs. Warum gehen die alle zurück? Alten Pisslappen. Die gehen alle kaputt, die Leute, oder was? Na toll, hier ist ja gar nicht die Main Base von denen. Was ein Scheiß. Jetzt bin ich ja ganz umsonst hingelatscht, oder was? Na ja, egal. Reißen wir das Ding jetzt hier ein. Meine Base. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe jetzt hier einfach rechts her. Ihr kennt doch... Battlefield Info... Nee, Base... Da. Den kann ich bei den Gegnern gar nicht sehen. Na toll. Obwohl. Doch, natürlich, an der Größe des Quadrates sieht das man. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch gesehen in die Main Base reinlaufen. Die ich dann aber jetzt wohl auch nicht einnehmen kann. So wie ich mein Glück kenne. Ja. Das war doch klar. Scheiße. So ein Dreck. Was machen die da oben eigentlich? Nehmen wir gerade eine Base noch der anderen von mir ein. Ah, so. Wieder eine Basis, die mal mir gehört. Und du? Warum hatte das Ding geblockt? Egal. Und wenn das Ding jetzt geblockt hat... Ey! Ey! Und wenn das Ding jetzt geblockt hat... Ey! Karn! Äh... Katzong! Fick! Fick! Oller Arscheimer! Ne! Hier, so, da, runter. Jetzt heißt es... Ab in die gegnerische Base. Und alles töten was hier ist. Mit meiner dicken Flöte. Ha! Da ist er! Explosions! Mann, Mann, Mann! Das sieht aus! Ach komm! Geht da auch noch raus! Was soll er gar jetzt? Weg damit! Tü-tü-tü-tü! Mit dicken Blähungen rumrennen! Ist schon so ne lustige Sache! Vor allem, die können mal gar nichts machen! Aber so mal richtig rein gar nichts! Wie lange hält das Gift? Gott, das hält ja ewig! Das hört ja gar nicht mehr auf! Ich glaub, Explosions brauch ich demnächst nicht mehr. Das schmeiß ich dann weg! Alles meins, aber irgendwen, der mir vielleicht beitritt oder so! Nee! Na egal! Brauch ich eh nicht! Hab eh viel zu viele Leute! Sieht's denn aus! Geldmäßig sieht's eigentlich ganz gut aus! Ich wollte erst mal schnell einrichten! Nee! Nee! Ähm! Nee! Ah! Muss ich gleich mal gucken! So! Jetzt mach ich hier erstmal wieder einen kleinen Break! Und ja! Dann bis zum nächsten Video!